So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play WUW BFA. Wir sind zurück nach einer ziemlich kurzen Pause. Ich habe herausgefunden, dass wir eigentlich gar nicht ehrfürchtig sein müssen, um die gesamte Kampagne freizuschalten. Es reicht eigentlich nur, wenn wir schon respektvoll sind. Deswegen sind wir auch nach kurzer Farmerei schon wieder zurück und wollen uns anschauen, wie das Ganze hier zu Ende geht. Mit welchen Cliffhanger sie uns hier liegen lassen wollen und dann in Patch 8.1 dann aufheben wollen. Schön, euch wiederzusehen, Arjoche. Matthias und ich besprechen gerade, was wir von der neuen Information halten sollen, die SA-7-Agenten für uns beschafft haben. Der abgefangene Brief enthält Befehle von Kriegshäuptling Sylvanas für eine Operation, die die Horde auf hoher See durchführt. Das könnte eine seltene Gelegenheit für eine Ablenkung sein. Der Brief ist absichtlich vager, was die Einzelheiten angeht und wir sind nicht sicher, ob wir uns vordringlich damit befassen oder uns auf andere Missionen konzentrieren sollen. Habt ihr im Moment Zeit, um das mit Matthias und mir zu erörtern? Unser Werk hat erst begonnen. Was könnte die Herolde in den alten Schifffrack suchen? Wir sind nicht sicher, aber ich kann ein paar Gänen entsenden, um einen auf den Grund zu gehen. Es muss nicht oberste Priorität haben. Okay. Ich meine sogar, es war die allerhöchste Priorität. Danke, Matthias. Schon auf meiner Jagd habe ich erfahren, dass Blutprinz Derven eine Schiffsreise mit einem verräterischen Gezeitenweisen angetreten hat. Wenn Dreven an Bord dieses Bootes ist, steckt er in der Klemme. Er kann nicht entkommen, solange wir zuschlagen, bevor sie Land erreichen. Euer Schiff ist zu langsam und rechtzeitig dort zu sein. Aber für die Wildhemmer ist Geschwindigkeit kein Problem. Ja, endlich mal, Forza, endlich kommst du zu meinem Spiel. Ich habe dich schon vor langer Zeit rekrutiert und du hast nichts gerissen, außer hier ein paar Missionen für mich gedreht. Aber ansonsten hast du nicht wirklich viel für uns getan, Bruder. Jetzt ist deine Chance. Dein Spotlight, Bro. Dein Spotlight. Hm. Es ist also beschlossene Sache. Das Attentat auf Blutprinz Derven auf hoher See wird unerwartet und demoralisierend sein und somit dem langfristigen Erfolg unserer großen Kampagne zugutekommen. Halfrod Frömbann lächelt. Das ist es, was ich unter Strategie verstehe. Okay, was müssen wir denn jetzt erledigen? Aufgrund der Informationen, die ich auf meiner Erkundungsmission gesammelt habe und den Erkenntnissen vom Mortier Shaw, wissen wir genau, wo sich Blutprinz Derven aufhalten wird. Wir werden unsere Rache bekommen, Arjoche, für uns selbst, für meine Schwestern, für die Allianz. Dieses Mal werden wir die Sun... Oh Gott, wie spricht man das denn aus? Sunline? Sunline? Sunline, Alter. Ich sag einfach Sun... Sunlane, Sunlane. Sunline, nicht unterschätzen. Dank uns wird die Horde keine Ruhe mehr finden und wir werden sie mit schnellen, gezielten, unbarnherzigen Angriffen ablenken. Zum Glück sind Wildhammermeister dieser Kampfstrategien. Ich bin froh, dass sie sich uns anschließen. Seid ihr abmarschbereit? Achso, wir müssen sogar Vollstatt reiten. Noch nicht mal irgendwann noch Suldasa oder so. Mit Vollstatt dürfen wir eine kleine Spaziertour machen. Schön. Vollstatt geht mit Darioch voraus. Ich reite auf... Tjalalalala Tor. Auf geht's, Flingschwinge. Zurück in den Himmel, wo wir hingehören. So ist es. So ist es. Okay, ich bin dann gespannt, wie jetzt die ganze Sache zu Ende gehen wird. Also ich meine ja, wir sind jetzt auf der Jagd nach Dreven. Wir wissen, dass er irgendwie auf hoher See ist. Er kann also quasi nicht entkommen. Scheinbar auf hoher See kann man sich nicht wegteleportieren. In der Höhle hat er sich einfach wegteleportiert. Und in den anderen Gewässern hat er sich auch wegteleportiert. Aber auf hoher See funktioniert die Teleportation scheinbar nicht so, wie man sich vermuten würde. Geil, der Server ist abgeschmiert. Nice. Sehr guter Anfang. Ich verstehe, dass die Horde versucht, ein bisschen Zeit zu schinden und das Unausweichliche hinaus zu zögern. Aber für das Unausweichliche gibt's kein Hinauszögern. Ich wüsste nur, wo ich bin. Ich bin verdammt nochmal im Wasser. Ich sende mal das Signal. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich bin... Okay, das sollte wahrscheinlich so sein. Ah, da seid ihr, Arjoche. Springt auf. Wir sind fast da. Ich kann den üblen Gestank des Untoten riechen. Das wird auch hier hin. Die Miserable im Wetter bietet uns etwas Deckung. Jede dicke Wolke und jeder Regentropfen zählen als Verbündeter. Schanderes Mundfeder grinst. So gesehen sind wir der Horde zahlmäßig überlegen. Sie haben keine Chance. Mehr Informationen haben wir nicht, Arjoche. Blutprinz Dreven lauert in einer der Schiffe, der verlassen hat. Aber wir wissen nicht, in welchen oder in welchen Abschnitt des Schiffes er sich befindet. Wir werden uns trennen und die Schiffe gleichzeitig angriffen, damit die Horde weniger Zeit hat zu reagieren. Wenn Dreven sich nicht auf den von euch durchsuchten Schiff aufhält, verlasst es und schließt euch mir auf den anderen an. Wenn er nicht auf meinem Schiff ist, werde ich das gleiche tun. Wir werden Dreven gemeinsam zur Strecke bringen. Lasst euch nicht ablenken. Uns steht nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Dreven ist heute unser einziges Ziel. Vorsichtig. Okay. Klingt doch schon mal nach einem guten Plan. Einfach Schiff nach Schiff durchsuchen oder ein Wegmoksen. Das können wir eigentlich gut. Vorbeischleichen ist eigentlich auch eine unserer größten Künste. Das heißt, wir sollten eigentlich wenig Widerstand gleich haben. Außer wir springen gleich runter und gleich direkt im Eimer. Aber wir können es ja mal probieren, wie es gleich aussehen wird. So, was steht denn da noch? Ne, 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 ne. Wetter mir verteilt euch, haltet euch vom Himmel frei. Ich kann euch runter zur Klage bringen, aber haltet euch lieber gut fest. Okay, gut. Also hier die kleinen obligatorischen Warnungen für uns. Aber an sich geht das jetzt für uns los. Ach, mit einer Leiter sogar. Perfekt. So. Unsichtbar machen. Und einfach vorbeischleichen. Es sei denn, oh ja, wir müssen Matrosen töten. Dann ist das natürlich eine andere Sache. Ich meine, seit der letzten Folge sind auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Wir hatten wieder Möglichkeiten, ein bisschen Gier zu sammeln. Ich meine, wir sind jetzt auf 350. Man muss jetzt sagen, man kann sagen, was man will. Es ist jetzt nicht so das Gelbe von einer. Die Hardcore-Spiele haben wahrscheinlich schon 355. Ein Kumpel hat von mir, glaube ich, schon auch 300. Mehr als 355 sogar. Aber es ist immerhin schon mal ein guter Anfang. Die Schiffskanonen sind momentan über das Wasser hinweg auf das andere Schiff der Verlassenen gerichtet. Allerdings scheint es, als ob die Besatzung sich nicht mit Schwarzpulver oder Kanonenkugel geladen hat. Wahrscheinlich, um unabsichtigste Schüsse zu vermeiden, solange sie sich hier vor Anker liegen. Ja, es wäre wirklich schade, wenn versehentliches Kanonenfeuer das andere Schiff beschädigte. Hm. Mir gefällt das. Mir gefällt, was mein Schurke gerade vorhat. Das ist mein Schurke, Mann. Darauf, ich bin stolz auf dich. Auch wenn ich dich nur eigentlich verkörpere und eigentlich was anderes manchmal denke als du, bin ich trotzdem froh, dass wir ab und zu mal auf derselben Wellenlänge sind. Da will der Typ einfach mal hier so ein bisschen Sperrfeuer errichten. Ja, mein Freund. Du hast, du hast, meine Erlaubnis hast du hier jetzt gerade mal hier so ein bisschen so badaboom, badaboom zu machen. Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit von Besatzung attackiert werde. Alter Schweders. Äh, wobei. Ich habe jetzt irgendwie gemerkt, sie haben mit der Skalierung ein bisschen bessere Arbeit geleistet. Also ich kann jetzt mal vier Leute poolen, ohne gleich direkt ins Gras zu beißen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Also für mich jedenfalls. So, das waren alle. Jetzt brauchen wir nur noch eine Fackel, genau. Ja, die Fackel nehmen wir auch mal mit. Zack. So, und jetzt wird gebämmt. Jetzt wird geballert. Da habt ihr einen. Und noch einen. Vor allen Dingen schöne Arzeritkugel. Die müssen eigentlich große, dicke, fette Löcher reinbämsen. Das müsste eigentlich das Ganze hier beschleunigen, was wir vorhaben. Ähm. Kriegst du heute eine Horde geöffnet? Wir dürfen sogar noch Schätze plündern. Mein Gott. Wir dürfen alles tun, was ich mir jemals erträumt habe. Oh, ist eine Falle. Ah, ihr seid es. Wenn das keine wahre Freude ist. Ich freue mich schon lange darauf, eure lästige Existenz ein Ende zu bereiten. Ich kann nuscheln, wie die dunkle Fürste lachen wird, wenn ich ihr sage, dass ihr genauso in einer Falle verendet seid, wie es sich für einen Köter wie euch gezieht. Surprise, motherfucker. Tschüss, Bro. Nice try, motherfucker. Nice try, motherfucker. Ich bin dir geniemäßig überlegen. Wobei Fallstead hat mir den Arsch gerettet. Aber es ist ja Fallstead. Er muss ja auch mal seinen Spot haben. Endlich mal hast du was Vernünftiges getan, Junge. Endlich. Ah, so. Was haben wir hier? Ah, nach der Trachtprügel wird Nathanaus 1 zurück in Silvanaschuss kriechen. Habt ihr Blutsprinz Dreven gefunden? Hm, ja, oh, ich wünschte, ich, ich, äh, ich, äh, ihr hättet die Panik der Mensch, äh, Mannschaft sehen können, als ihr die Kanonen abgefeuert habt. Es war zum Tod lachen. Äh, so machen die Welthämmer das. Nun, wenn ihr Blutprinz Dreven nicht auf euren Schiff gefunden habt, dann versteckt er sich wohl auf den anderen. Ich kann euch dorthin bringen, aber die Horde weiß jetzt, dass wir hier sind. Was meint ihr? Sollen wir ein paar Ablenkungsmanöver starten? Damit sie beschäftigt sind, werden wir Dreven aufspüren. Mein Wildhämmer juckt es in den Fingern ihren Hämmer fliegen zu lassen. Wollt ihr bei der ersten Runde mitmachen? Ja, okay, los. Ein bisschen ballern. Guck mal, das eine Schiff sieht schon ziemlich im Eimer aus. Oh, das waren aber sehr, drei gezielte Schüsse. Einmal das Heck, einmal das Steuerbord, einmal die Mitte. Ich weiß nicht, wie man, wie man in der Seemann-Sprache die Mitte bezeichnen würde. Backbord? Nein, Backbord. Ah, dafür kennen wir uns, dafür kennen wir uns nicht gut genug aus. Bevor ich jetzt hier mit irgendwelchen Jargons um mich werfe, mit denen ich mich nicht auskenne. Oh, sehr gut. Es ist immerhin schön, dass er bei jedem Kill, den wir machen, eine schöne Melodie von sich stößt. Wenn die auch mal töten würden. Aber es tötet auch... Oh, warte mal, auf den Schiffen sind auch noch welche. Hey, das hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich doch nicht aufs Schiff konzentriert. Guck mal, das ist doch viel leichteres Opfer. Vor allen Dingen Blitze. Blitze auf dem Schiff, das ist Instantkiller, meine Freunde. Das ist Instantkiller. So, meine Freunde, das ist voll der Hammer, meine Freunde. Das ist voll der Hammer. Wie die guten alten Warcraft-Quoten sagen würden. Aber das geht ja eigentlich. Ich frage mich mal, was sind das überhaupt? Taucherinnen. Okay, ich wollte gerade sagen, ich würde mich eigentlich nicht freiwillig ins Wasser begeben. Wenn ich wüsste, dass jetzt gerade jemand mit einem Hammer um mich wirft, die zufälligerweise noch Blitze verströmen. Da würde ich vielleicht auf mein Schiffchen bleiben. Das wäre nicht gerade so einer der Dinge, wo ich mich ins Wasser trauen würde, wenn ich einer der Horde wäre. Aber das sind Untote und Hordler. Die eine haben ihr Hirn verloren, die andere hat noch nie ein Hirn. Was soll man sagen? Warte mal, Siege der Blutsch... Oh ja, ja, ja. Bam, schöner Wurf. Aber brechen wir jetzt zur Blutschwall auf. Janderes wartet an Bord auf euch. Viel Glück. So, irgendwann muss doch das Meuchelmord beginnen hier. Das ist mein Einsatz. Okay, er ist hier. Das ist doch schon mal gut. Er ist hier. Das ist schon mal ein gutes Signal. Eine unnatürliche Mannschaft. Blutprinz Dreven ist hier und die Lage ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Das Monster bildet weitere Schandeleien aus. Ihr dann... Oh Gott. Alter, wieso wirft man mir immer mit solchen Vokabeln um mich rum? Ich kenne nur so Business-Schach-Waggon. Wach-Schach-Waggon. So diese kaufmännischen Gebrauchten. Aber egal, versuchen wir nur ihr Feed, den ihr auf diesem Schiff seht, ist ein zukünftiger Blutprinz Dreven. Es darf nicht passieren, dass sich seine ruchlosen Praktikanten in der Horde verbreiten. Wir werden die Sun-Lion jetzt mit Stumpf und Stiel ausmerzen. So, Blutprinz Dreven und seine Anhänger saugen Macht aus bluterfüllten Kristallen und ihre unheiligen Fähigkeiten zu verstärken. Wir sollten sie zerstören und so Dreven schwächen, bevor wir gegen ihn kämpfen. Zerstört so viele Kristalle, wie ihr finden könnt. So, oh, Königsruhe können wir freischalten. Endlich, darauf habe ich schon lange gewartet. Ich werde die ganze Zeit angemacht von meinen Geden-Freunden, Geden-Kollegen und Freunden. Oh, warum hast du immer noch das nicht freigeschaltet? Das hat jetzt jeder, das ist voll hip und trend, in Königsruhe die ganze Zeit mit Tisch plus zu gehen. Naja, die Horde begleitet die Zahlen, na nein, nicht zum Spaß, überall hin. Das sind jede Menge wichtige Persönlichkeiten der Horde dabei. Irgendetwas geht davor. Das Gute bei den wichtigen Zielen der Horde sind die Unterlagen, die sie oft bei sich führen. Schaut, diese Karte habe ich bei einem der Toten gefunden. Seht ihr den großen roten Kreis mit der Bezeichnung Königsruhe? Was bedeutet Königsruhe? Warum weist die Allianz nichts davon? Wir müssen das herausfinden, sobald wir wieder zurück an Land sind. Gut, ich hoffe nicht, dass die letzte Quest damit so endet. Ja, geh mal in Königsruhe. Wäre zwar okay, weil von der Jaina-Quest kenne ich das auch schon, aber... Zweimal mich so richtig warten lassen, ist es nicht gut. Ach, zwei von denen sogar. Kommt näher, Mensch. Aber ich würde es immer noch geil finden, wenn das verbündete Völker wäre. Also, ich meine klar, wenn wir sie jetzt wirklich ausräuchern sollten, mit Blutprinz Dreven, dann denke ich mal nicht, dass sie sich hier als verbündetes Volk herausstellen werden. Das glaube ich definitiv dann nicht. Okay, klar. Aber, naja, wir kennen ja Blizzard. Die können immer wieder irgendwelche Plots entwickeln, warum sie trotzdem überlebt haben. So nach dem Motto, der Blutprinz Dreven ist tot, aber die restlichen haben noch überlebt. Äh, ja, und unter den Überlebenden ist zufällig der Held auch dabei. Es ist... Drei Millionen überlebende Blutnachtelfen oder Blutelfen, wie sie sich nennen würden, haben einfach das ganze Schamockstil überlebt und laufen da jetzt rum. So nach dem Motto, ja, hat ja auch was gebracht, ne, den Blutprinzen zu töten, wenn gleich darauf drei Millionen neue kommen. Hätten wir ihn vielleicht mal im Leben lassen sollen. Das hätte sich die Allianz vielleicht mal ein bisschen besser überlegen sollen, ne. So nach dem Motto, scheiße, aber die ganzen Spieler, sie werden die ganze Zeit nur wahrscheinlich Blutnachtelfen machen. Blutelfen. Ach ja, die ganzen, ganzen Spekulationen, die sich vorher gehen. Schon ziemlich krass. Die Möglichkeiten wären da. Ich meine, es ist ja genauso, wie die ganze Zeit gesagt wird, ja, Vulpera, das wären hundertprozentig verbündete Völker werden. Wo es theoretisch funktionieren könnte, aber so, ja, sagen wir mal, von der Praxis her, glaube ich, vielen auf den Sack geht, dass es, äh, dass es ein bisschen zu Kawaii ist. Für viele ist das einfach zu süß. Das ist, das passt für viele nicht in diese ruflose Welt von WoW. Ich meine, wir haben schon Pandas, ne, das ist, das ist schon so der Mittelweg, den Blizzard für uns gegangen ist. Mehr, mehr ist nicht drin, mehr ist nicht drin, Alter. Mehr ist nicht drin, laut Blizzards Ansicht. Aber mal schauen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich, ja, und ich stehe zu meinem Wort. Wenn es wirklich so sein sollte, dass diese Sun-Lalain oder wie ich sie einfach nennen werde, die, ähm, Vampir-Elfen. Ich finde, das klingt irgendwie ziemlich cooler als nur, als diese Sun-Lalala-Lais. Klingt irgendwie so wie so eine Brotsorte. Ähm. Wenn die ein verbündetes Volk werden, definitiv werde ich mir ein Horde, noch ein Horde-Char stellen. Nicht nur den, den wir nur fürs Let's Play benutzen, sondern auch einen, den ich sogar aktiv zocken würde. Und wo ich mir sogar sagen würde, ey, den würde ich sogar hochleveln. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Würde ich gerne machen. Aber auch nur, wenn sie verbündete Völker werden. Aber ich glaube, nach der ganzen Scharmützel hier, die wir mit denen anstellen, glaube ich das eher nicht so. Also, wenn sie nicht so.